erreiche system natans reise direkt unter uns kein ziel tor ewiges licht erreiche system ewiges licht ich hoffe mal zu diesem militärischen außenkosten wenn er jetzt im nächsten sektor will dann kann es lange dauern dafür den fall der fälle dann hole ich mir schon mal hilfe oder doch nicht ich wollte mir eigentlich meinen nova hier rein holen aber der hat noch gar keinen sprung antrieb gerichtstruppe auch das noch der transport ist schneller als ich ja das könnte ein problem werden die zu beschützen so war ich hatte doch kampf drohen kampf drohen gehabt ich hatte nicht dann wollen wir mal hoffen dass wir das irgendwie durchstehen hier so viel militär ist hier jetzt auch nicht anwesend dass sie uns unterstützen könnten auch nicht anwesend auch nicht anwesend die achten gar nicht auf unseren transport auch nicht anwesend auch nicht anwesend die 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 erreiche system ewiges licht yon firko schwerlast transport scheint ja alles in ordnung zu sein kein ziel tor argonischer sektor m 148 erreiche system argonischer sektor m 148 in dem sektor kann ja nicht mehr viel passieren hier gibt es so viele militäreinheiten die gegner die sind schon feuerdruck bevor sie irgendwie ein paar hundert meter geflogen sind yon firko schwerlast transport und 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 Autopilot aktiviert. So, dann werde ich jetzt abspeichern und dann mich mal auf die Reise zu ein paar Nebenmissionen machen. Besonders werde ich mir jetzt den Landekomputer holen von den Paraniten und halt meinen Rang bei den Splitt ein bisschen steigern. Ich werde mir nämlich später für meine Station die Splitt Kaimane als Frachter besorgen. Kommandant Derrick hier. Wir haben unerfreuliche Vorkommnisse in Albion. Eine Gruppe von Schiffen unbekannter Herkunft überfällt gerade die John Furco Forschungsstation. Wehren Sie die Angreifer ab. Autopilot deaktiviert.